So, hallo und herzlich willkommen zur Revanche von Rocket League. Zur Revanche der Revanchen. Wir haben gerade eben schon mal eine Revanche gehabt, aber nicht aufgenommen. Also aus Versehen natürlich, auf einmal war die Kamera am Piepen, weil die nicht aufgenommen hat. Ja, das war bitter. Aber wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, er mag vielleicht die Schlacht gewonnen haben, aber den Krieg gewinnt er nur wahrscheinlich. Genau. Und damit starten wir. Und damit starten wir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der jetzt wieder ins Menü geht. Sehen wir jetzt. Sehen wir dann, sehen wir dann. Ich kann auch sagen, dass er eine neue Map aufmacht. Aber, ja, er macht eine neue Map. Gut. Dann bin ich blau, ich bin orange. Und dann startet das Match. Viel Spaß. Mich einfach nach übernicht. Als ob... Ist das ein Tor? Ja! Was? Das will ich sehen. Der ist drin. Das will ich sehen. Der ist doch unfair. Der hat doch gegen die Wand geschossen, oder? Nein, wie geil! Der war ja total geil. Der war kein bisschen geil. Der war einfach nur unfair. Okay, jetzt war ein nächstes Tor, weil... Sonst mach ich nur noch so Tor, oder? Nein, nein! Sonst mach ich nur noch so Tor, oder? Der Wahnsinn! Der erste Täter ist dein erstes Tor! Weil die anderen habe ich schon mal abgefallen. Sehr gut! Witz kommen wir raus! Komm schon! Witz! 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 wie ich vorbeigefahren bin, wie immer aber jetzt schieß er auf sein eigenes Tor, was macht der denn? Ist der denn von Sinnen? schieß sein Tor und du? Was machst du? Ich hab gewartet Nein! 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 Doch! Gas! Gas! Ich darf einfach mal hier stehen Nein! Nein! Ja! Nein! Du hast mich abgedrängelt! Nein! Schau es dir an! Am Wagen und Tee trinken dass du mir wieder wieder angesprintet kommst Dein Auto ist irgendwie viel schneller als wie meins Ich nehm einfach in den richtigen Momenten den Nitro Das tust du gar nicht Das ist schon wieder so ein Lupfer gewesen Ja! Ja! Lass mal rein! Warum? Warum? Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich hab gedacht, du hast vorgenommen Warum? Warum bist du immer schneller als ich? Guck mal, ich stand da jetzt noch nach der Ewigkeit Ich wusste gar nicht, dass du so haben willst Ja, ich drehe jetzt immer direkt am Anfang, weißt du Deswegen hab ich immer die Sicht erstmal zum Ball Als ob der jetzt voll grad sagen Was? Du kannst einen Doppel-Sprung machen, ne? Dann springst du einen Doppel-Sprung Schön! Hallo, das ist mein Das ist mein Doppel-Sprung Das ist mein Doppel-Sprung Komm, komm, komm Komm Warum gehst du eigentlich nicht kaputt wenn ich dich ramme mit Nitro oder so? Du hast kein Vollnitro gehabt Ist auch voll Nitro und der Butz In der Butz! Genau, Vollnitro! Ach, wie ich den Fass noch bekommen hätte Ich bleib leider beim Fass Ich kann das Spiel nicht Ich kann es nicht Ja, aber was soll ich denn sagen? Du kannst es Ich kann es kein bisschen Warte mal Ich muss mal ein bisschen Spannung ins Spiel prägen Warte Ausgedrext habe ich ihn Ist auch Warte, 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 warte Als ob! Nein, mach das doch nicht! Das ist Spannung Das ist kein bisschen Spannung Ich bin einfach an den Ball vorbeigefest Ja, das ist das! 4 zu 2! Sehr gut! Ich glaub letztes Mal 3 zu 0, ne? Oder? Weiß ich nicht, mir ist mal egal Okay Ist mir egal Piss dich Ich lieg erstmal ne halbe Stunde rum, du auch Ab wenn man Gas gibt, dann fiss ich wieder Guck, kannst du das auch? Du bist bei dir Guck mal bei mir Sehr schön, ne? Ja, ein total cooles Stunt Mann, wie du hier in den Ball rumeierst Komm, weiter Geht doch mal Ticken schneller jetzt mal hier Hallo Ich war im Spiel, nicht du Er geht rein Er geht rein Nein, hüpf, hüpf, hüpf Oh, da war ich immer an den Scheißbällen vorbei Du hüpfst immer Ja, Alter Wir müssen das vielleicht mal bei dir umstellen Wir müssen das vielleicht mal bei dir umstellen Lass da auch mit X Niedröckel Jaaa Das ist doch scheiße So Ich gewinn noch, pass auf Ja, du hast noch Die Hälfte der Zeit lassen Ne, wenn du es geschafft hast Was? Ich hab mich da drauf Was? Nein! Warum nicht? Nachsetzen! Warum nicht? Leck mich an der Eie ein Warum? Leck mich an der Eie ein Scheiße Dutt Ich wollte doch reinmachen Mann Nein Ich hab die Situation jetzt so gefährlich eingestellt Ich weiß nicht richtig Ooper Nein Nein, nein. Ich stehe leider nicht mächtigen. Was? Boah. Hhhhhhhhhhh! Ich bin einfach so... Wir fahren einfach alle am Ball vorbei. Warte, jetzt fahren wir am Ball vorbei. HALO, HALO, HALO! Oh nein. Jaaaaa! Jaaa! Nein! Das ist das 6 zu 2! Ich bin König der Eigentore! Leck mich am Arsch! Guck mal wie wunderschön das Tor ist! Erstmal zack! Und dann BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHH! Wird ich das mal bei dir machen würde? Weißt du? Entschuldigung bei mir auch so passiert! Mann! Mann! Leck mich an die Bunne! Den... Der ist natürlich wieder in meine Richtung! Ist eigentlich so als hätten bei mir schon 6 Tore gefallen! Nein! Ich bin über ihn gesprungen! Nein! Ich bin über ihn gesprungen! Sogar nicht! Über ihn? Hast du das verstanden? Jetzt hab ich das scheiß Neentore nicht bekommen. Jaaaa! Boah, der Wahnsinn, dass ich es mal geschafft habe ein Tor zu machen, ey! Wie ich am Dribbeln bin! Nicht einmal am Ball vorbeigefahren! Aber wenn du einen Doppelsprung machst und irgendwo hindrückst, dann springst du auch. So, guck, wenn du jetzt bei mir guckst. Du oder das? Ups! Ist das doof. Gas! Gas! Hier, was war das denn bei dir los? Nee! Machst du mich kaputt oder was? Wo ist der Ball hin? Ach da! Im Tor! Ich finde ihn nicht, ich fahr dann vorbei, ich hüpfe wenn ich Gas geben will. Bam! Aber, hast du ihn überhaupt nochmal berührt? Da ist er drin, ganz klar. Wir können danach eigentlich noch einmal Basketball spielen. Das haben wir beide noch spielen. Basketball? Ich weiß nicht wie das geht oder... Oh, jetzt geht er bei mir. Na, was machst du denn? Ach du bist verrückt im Kopf. Mein Köpfchen. Minimal, minimal, minimal. Und... Ansatz zu Schuss. Und... Drei Ansatz zu Schuss und... Und... TUR! TUR! Das ist nicht mehr lustig. Vielleicht ein bisschen. Nur ein bisschen! Irgendwann kommt der Tag. Der gewinn ich. Ja... Irgendwann. Wenn ich zwei Wochen Urlaub bin, nun derzeit für mich hier weiterspiel. Haha! Nein! Wie der eiskalt an mir vorbeischieß! Hier, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ach du hast den Ball. Ich dachte... Ich dachte, der wird nur so rollen. Aber nein! Da ist ja noch einer! Und? Heeeey! Mhhh! Ein bisschen rein! Das Kissen gestört, dass du ihn verliere. Ich weiß nicht. Das Kissen stört? Jaaa! 5 Sekunden, Schaffi. So! 9 zu 3! Mal gucken, ob er es noch hinbekommt. In den 15 Sekunden. Warum? Er ist bei mir im Feld. Was? Was? Warum musst du weisem mal wo sein? Was? Was? Nein! 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 Ich hab kein Niemie vor! Niemie! Deswegen konnte ich kein Gauß mehr geben. Wie ich erlang nicht einfach mit dem Ball suche, ey! Deswegen musst du Dreieck drücken, dann hast du immer die Balls nicht. Aber dann fährst du scheiße. 4 zu 9. Er hat noch ein bisschen aufgeholt. So. So. Schon wieder falsch gedrückt. Ja, das war's mal wieder mit unserer heutigen Runde Rocket Leach. Hat sich leider zum letzten Mal nichts geendet, was das angeht. War auf jeden Fall sehr knapp. Die Autos sind halt manchmal blöd und fahren nicht gut. Oder man weiß nicht wo der Ball ist. Ich glaube das ist das Problem von uns beiden. Achso, ich wusste nicht, dass du auch ein Problem hast. Ich hab viele Probleme. Ich sah bei dir eher sehr souverän aus. Ja, ne? Und ja. Bei mir weniger. Dankeschön. Ja gut, ich glaube, entweder gibt's hier im Anschluss oder hier vorher noch eine Revanche. Weiß man jetzt nicht. Sehen wir dann mal. Hex, Hex und... Kartoffelbrei. Jetzt? Ne, haben wir ja gar nicht. Unser Kartoffelbrei ist weg. Tee. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und es ist sehr schön gewesen, wieder einmal dieses Spiel zu spielen. Und ich übe fürs nächste Mal. Genau. Ich sehe es jetzt ein. Tschüss. Macht's gut. Ciao.